Die Frage ist jetzt, was hat mir das jetzt gebracht, dass ich hier hinten hingegangen bin, außer die Kiste? Komm. Ehre hat das gebracht, ja lol. Davon kann ich mir auch nichts kaufen. Also Erfahrungspunkte hat das mir noch gebracht. Und das glaube ich sogar ganz gut. Boah, ey, das gibt es doch nicht. Hmm. Hmm. Das ist doch alles Mystia. Ja. Die Kleine da hinten. Okay. Ja. 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 Ja, sooo, sooo. Lukas, äh, do it yourself. Also wenn du zum Beispiel selber was baust oder was, ähm, hast, was du dann aber selber nochmal umgestaltest. Das ist damit gemeint. Aber hallo erstmal. Willkommen. Lara, ich verpiese mich. Mach das. Sie haben sich erwart. Ich kann endlich Essen machen gehen. Ja dann, äh, viel Erfolg und guten Hunger. Sie haben sich erwarnt. Es ist ja auch nur halb neun. War wohl gerne. Also bist du ein Fan von do it yourself. Lego Technik. Das ist auch geil. Oh, ich liebe Lego Technik. Und überhaupt Lego. Ich bin ein großer Lego Fan. Was ist das? Ähm. Bug? Oh, Bug. Mal gucken. Meine Hälfte des Zimmers besteht aus Lego Technik. Ach krass. Ne, wir haben ja heute ein, äh, Holzregal mit Schubladen angefangen umzulackieren. Weil ich da vorhabe, also das Ganze ist dann in so ganz dunklem Grau. Und da wollte ich dann vorne, wo man das dann rauszieht, ähm, verschiedene Spielelogos oder Schriften drauf machen. Dafür musste ich das aber erstmal dunkel machen, weil ich wollte den Hintergrund dunkel und dann die Logos jeweils in weiß drauf. Ich hoffe ja, dass das was wird. Daher kommt nämlich auch die Frage. Bitte Passwort eingeben. Willst du mich verarschen? Jetzt brauche ich so ein verkacktes Passwort, aber woher soll ich das kriegen? Ich kapier's nicht. Ich hoffe ja, ob ich Team weitergebe. Ну, desto? Ich versuch mir einstein buddy quá. Ich weiß ja. Ich bin da, das ist los. Ich bin da, das ist doch Lorter. Ich kascy kann das IN prize. unfassbar wieviel kommen denn hier noch so da 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 es nehmen kein Ende da 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 es Es ist echt ekelhaft. Meine Frisse. Okay, also für da brauche ich ein Passwort. Ich habe kein Passwort. Ich muss irgendwie gucken, dass ich noch höher komme. Ich weiß aber nicht wo. Hier hinten komme ich nur hoch, dass ich da wieder rauskomme und dann bin ich wieder am Anfang. Ey, das gibt es doch nicht. Ich kapiere es halt nicht. Das mache ich falsch. Da hinten geht es nicht lang. Ich muss irgendwie da durch. Aber da komme ich nicht durch, weil der nicht reagiert. Warum? Who knows. Warte mal. Erklimme den Weltenbaum und erreiche Elysium vor Djinn und den anderen. Ja, versuche ich ja. Okay, das ist ganz schön hoch. So, das Ding ist, ich komme hier aber nicht durch. Weil aufzugrufen, keine Reaktion. Von da kam ich. Da drüben weiß ich es nicht. Hier komme ich auch nur wieder runter. So, jetzt kommt der hier hoch. Jetzt ist der da. Damit komme ich aber nur runter. Das bringt mich nicht weiter. Aber wenn der oben ist, kann ich dann vielleicht den anderen rufen. Keine Reaktion. Boah, sorry, aber ich muss mal eben auf Juliette. Ich sage mal, bis gleich.